Lady McKendrick hat vielleicht mehr Klasse, als du gewohnt bist, ne? Ah, Bruno, mein bulliger französischer Freund. Die gute Lady wird sich so sehr in meinen Augen und Gesichtern verlieren. Sie wird gar nicht bemerken, was ich mit ihr vorhabe. Sie wird gar nicht bemerken, was ich mit ihr vorhabe. Sie wird gar nicht bemerken, was ich mit ihr vorhabe. Grundgültiger! Hat noch wer gesehen, was gerade passiert ist? Moment, vielleicht sind das nur meine sogenannte Sinne, die mich täuschen. Alles gut, ich brauche nur einen Moment. Irgendwas ist verdammt faulhaft. Die Namen zählen an Bord. Ich denke, wir stimmen alle überein, dass unser Raub nicht glattläuft. Siehst du, Evelyn? Ich weiß, wie man mit den Nachbarn umgehen muss. Alles denn? Mein lieber Alter, möglicherweise toter Freund. In was hast du uns da nur hineingezogen? Moment! Eisberg! Wir sind gerade mit einem verdammten Eisberg kollidiert! Keine Ahnung, ob du dir eine Säbe-Stattung gewünscht hast. Yes, yes, yes. Der Rahm ist abgefahren. Wie niedlich. Entweder ich bin verrückt, oder die Wand. Ich setze mein Geld auf die Wand. Das Artefakt, mein Medaillon, seint das ganze Chaos hier entfesselt zu haben. Wir müssen uns überlegen, wie wir nun reagieren. Oh nein! Es kommen Erinnerungen auf. Üble Erinnerungen. Fühlt sich genau an wie der verdammte Kambodscha-Kammer. Kaboom! Wenig Munition. Glaub mir, ich will gar nicht so nah ran. Fühlt sich also. Keep going! Gelegenheit Gelegenheit Ich will ja niemanden durchfügen Aber das hat ihm schon eine ganze Weile vor Uhu, ich muss unbedingt mein Schakramding ausprobieren Die Senorita sollte besser auf ihre Ausrüstung aufpassen Das könnte sich hier jeder schnappen. Ich hätte auf dieser Treppe Champagner trinken und die Gesellschaft schöner Menschen genießen sollen, während ich Aristokraten mit meinen Abenteuergeschichten erhalte. Es hat nichts sollen sein. Ah, mit der Klinge geht es so schnell. Die fühlst du nicht mal durch dein stinkendes Fleisch dringen. Instakill. Ich glaube, ich gewinne gleich meinen allerersten Kampf. Mehr Munition. Ich bezahle gern was dafür. Ist gar nichts hier. Ich habe gar nicht zu, damit ich sie füllen könnte. Wo ich so drüber nachdenke, wie ist diese Statue hierher gekommen? Ich weiß. Magie. Magie. Aber ernsthaft. Das Ding ist aus massivem Stein. Sogar mit Magie muss das ein hartes Stück Arbeit gewesen sein. Ich bin überrascht, wie ruhig meine Hände heute sind. Kann ich jetzt mal einen Becher heißen, ohne was zu verschütteln? Natürlich. Du bist halb verbrannt. Ihr Fleischköpfe müsst es nur noch zu Ende bringen. Ich hätte... Ich bin hier, um dich zu retten, Diego. Warum siehst du so besorgt aus? Ich habe etwas von deinem Atem abbekommen. Du strapazierst meine Geduld. Hast du schon mal in Betracht geschocken? Dass es mir auf dem Boden gefällt, scho? Da ist das Artefakt. Wollen wir es wiederhaben? Oder ist es irgendwie beschädigt? So, das ist wehtun. Wisst ihr, mit jeder Minute wird dieser leichte Auftrag immer komplizierter. Ah ja, der alte Rampverkaufsabend kriegt. Kredit. Ah, ein elektrischer Super-Karne. Ich würde ja sagen, nicht bin ich... Bonus-Runkte. Ich überlasse schon. Angriff eurer Spachprobleme? Kann es sein, dass dieser Angriff nur ein Versuch ist, Hallo zu sagen? Ich sollte wohl auch mal Hallo sagen. Die Munition wird knapp. Ich muss mir was einfallen lassen. Allein gekriegt wie Sardin. Ja, ja. Maximale Munition. Er zu entfesseln. Also suche ich noch ein wenig. Unterstützung. Gib mir... Gib mir einen Moment. Es tut mir leid. Aber hörst du dich echt nicht selber reden? Ich werde dir helfen. Geh für ein Weilchen da. Geh für ein Weilchen. Aber... Ich werde ihn verletzen. Ich werde ihn bescheuen. Ich werde mich nicht mehr machen. Wenn das vorbei ist, nehme ich eine lange, heiße Dusche. So, mi amigo inglés. Ich möchte nicht respektlos klingen, aber kommst du in einem Kampf klar? Du hast mich beleidigt. Keine gute Idee. Was für eine Explosion. Eine gigantische, stinkende Explosion. Du bist Salo. Ich habe kein Geld. Aber vielleicht können wir uns anders einig werden. Ja. 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 Bist du Kisho? Du wirkst... Ich suche nach dem Wort. Du wirkst... Ich wirke wie jemand, der... oder die... die emergente Realität, die ihn oder sie umgibt, analysiert, um besser zu verstehen, wie er oder sie die Situation verbessern kann? Ah, meine Waffe wird so leicht. Vielleicht ist es in der Zeit, meine... Angerinnen. Du bist so ziemlich cool. Es jetzt vielleicht nur so aussieht, als mach dich ein Bäuschen. Du bist so schnell. Vielen Dank.